hallo liebe leute wir sind hier im koh tragan haben hier unser letzten schreien gefunden direkt hier oben in der ecke das ist dann der schrein 28 einfach anklicken ihr müsst ihr müsst halt hier durch laufen die leiter hoch und dann gleich rechts und dann direkt dahin ich bedanke mich für den nächsten video wir haben jetzt den erfolg alle dinge geschafft in einer region und wir sehen uns im nächsten video